Traditionelles Wilhelmsdorfer Weihnachtsturnier gibt es, glaube ich, seit 2000, seit dem Jahr 2000, ich kann mich aber auch täuschen. Aufschlag Daniel Trubitz an der Seite von Aljörscha Barinski. Barinski spielt, meines ist es, beim Tiers von Stein immer noch. Daniel Trubitz ist gewechselt vom Tiers von Stein zur FK Sparta Norden, Nürnberg spielt jetzt die Landesliga. In den blauen T-Shirts also ihnen gegenüber links vom Postes von Nürnberg, Maikowski, mit seinem Vereinskollegen Timo Neumann. Timo, wie steht es denn setzen? 1 zu 0 für euch? 1 zu 0 für Neumann, Maikowski. Und auf den Linkshänder, Maikowski, auf Aljörscha Barinski. Applaus 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 Applaus